hallo so möchte heute zeige ein kleines album box und ja wie schon dekoriert selbst dieses album habe ich bei der corinna hen bei youtube hat einen kanal mal vor einigen jahren glaube ich entdeckt und nachgebastelt und hat mir sehr gefallen und ist auch einfach zu werken und auch so kompakt kann man erweitern und ja erweitert habe ich den auch so dann wollte ich mir zeigen wir haben dekoriert schon das thema zirkus ja ist auch schön so wie ein kinderalbum babyalbum wie man so mag zum thema geburtstag auch ne so lustig dieses thema ist in dem fall so ein mädchen girls thema ja und das design papier habe ich ja mal bei tildi voriges jahr glaube ich hatte ich so große block entdeckt und sind aber die qualität ist so eine glänzende da muss man schon aufpassen musste ich mit klebeband kleben weil der flüssig kleber dann spuren zu sehen sind und lässt hinterher und deswegen deswegen habe ich dann mit doppelseitiges klebeband genutzt das ist vom action aber ist nicht so sehr stark nur zum dekorieren meine die aber selber das album zusammen zu bauen zu kleben habe ich dann flüssig klebe benutzt das ist fester klebt und hält dass nicht der auseinanderfilter ist so ja habe schon soweit jetzt aufgemacht habe auch schon da foto matten vorgeklebt und so ist ja so die idee von katy orta aus amerika so eine große scrabbock bastlerin halben und so die sich so kreativ und habe ihr kanal aboniert bei youtube hat sie ihren kanal und ja selber das album wie gesagt habe ich dann bei corinna hen entdeckt und da anleitungen so bei ihr könnt ihr die dann finden ich werde den link auch noch einsetzen zu ihrem kanal so dann wollen wir mal beginnen es ist schon so eine box ist der rücken ja seitlich alles so in dem stil habe ich so im jematschiokos ein bisschen angepasst so und dann würde ich sagen ja so passt das besser öffnen wir geht nach oben und da habe ich so zwei foto matten so platziert da kann man dann das ist dann das frontbilder thema zirkus ja und da auf dem rücken dann die fotos foto platz hab auch noch so ein stempel weiß nicht wo ich den gekauft habe aber so ein kleiner stempel und hab da auch noch aufgestempelt dass das das platz für fotos ist also hinweis ist auch dekorativ so und dann ist alles noch aufgebaut mit fähnchen und zirkus thema so und da ja so dieses grundsatz habe ich jetzt aus dem album von corina und das da erweitert habe ich schon selbst ne so von mir aus habe ich noch eine klappe seite drauf gebaut zusätzlich das ist schon mein ding ok so ja dachte ich mehr platz da muss ich noch dekorieren habe ich da noch ein paar vorbereitet mit dann werde ich die noch jetzt anschließend noch festkleben erstmal zur seite so und dann klappt man das zusammen hier ist wieder eine klappe dann geht es hoch hier habe ich zwei kleine gemacht und dann wieder und mit vollbild ja tata ne und so ja und da kommt jetzt so ein wasserfall und das war auch eben das ist schon von mir bei corina ist es nur die fläche alleine dann gewesen und ich habe das jetzt ebenso noch ergänzt mit einem wasserfall so ne und ja hat man dann Fotos auch möchte noch mehr ne möglichkeiten so das ist das ja und dann ja wieder wie gesagt zuklappen ist das gleiche und da ist so eine schmale seite ne und das große ist schon dann dass das innen box ist und von außen noch eine und das ist eben diese box album ja jetzt dachte ich noch ich werde mal das noch die zwei teile noch aufkleben und habe ich gerade entdeckt dachte ich auch jetzt zusammen fertig stellen mit allen sagt auch es ist also da sind auch zu das heißt wenn das Vielen Dank.